Hallo, hier Daxeber mit... ähm, ähm, mit Hellblade. Ich hab gerade wirklich vergessen, wie es hieß. Äh, Part 4. Ja, wir haben das letzte Mal bei den Illusionisten erledigt. Und hier habe ich extra gehalten, weil... ich bin jetzt ziemlich sicher, wenn was... hier was passiert. Alles andere klären wir gleich. Oh, hier, wir müssen... Oh, hier, wir müssen... Das hört sich ein bisschen mehr... Oh, hier, wir müssen... Merde... Ah, ich hab nichts mehr... Da ist doch... Oh, ich... Ich muss direkt... Ich muss direkt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, shit! Steh auf, steh auf, steh auf! Oh Gott, das kann... ... alles so dämmerlich schief gehen. ... alles so dämmerlich schief gehen. Was ist das denn? Sie ist in dir. Sie ist in dir. Sie kann es immer noch tun. Er ist unten. Endlich es. Endlich es. Endlich es. Nicht lassen sie hinter dir kommen. Bleib ihnen hinter dir. Wie? Noch mehr? Oh, scheiße. Das kann jetzt richtig... ...kostig werden. Oh, shit. Ich muss es mehr teilen. Okay, ich... Noch mal zurück. Oh, shit. Endlich! 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 No! Nein! Get up, quick! Faster! Oh, come on! It's not over! It's not over! It's not over! Keep going! Behind her! She's injured! She's not gonna make it! Behind her! Oh nein! Okay. Der wird... ...schwieriger! Alter! Habe ich das gerade? Okay, das blockenprinzip ja nicht. Viel habe ich das Gefühl! themselves noch dahin maps.. Oh mein Gott! Geh auf! Komm her! Ja, komm her! grinder! Sie tut es nicht leid, hat sie zu kann,hey! Die dennartgaderbar ist am��들 quell... Die Abf mittel! Das werden wir nicht allzu oft zu sehen bekommen. Denn das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Come on. Sollen wir gleich sehen, ob es von vorne anfängt oder direkt bei ihm. Jetzt fängt es von vorne an. Sind das alle? Okay, erstmal ja. Behind you! Behind you! Okay, ich muss da raus, ich muss da raus. Okay. Ich wollte die ganze Zeit noch was sagen. So, jedes Mal, wenn das erfolgreicher Droppenberg ist. Wird meistens immer alles wieder besser? Also, ihr Zustand? Oh shit, 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 shit! Steh auf, steh auf, steh auf! Jetzt habe ich die falsche Tasse in den Knöp... geflückt! Bei dem hier wird mich... Das ist überhaupt nicht erst wichtig. Also, das Treten oder... Shit! Shit! Oh Gott! Können wir das doch hin? Ja, komm. Das muss doch klar... Ist denn hier! She's injured! She's not gonna make it! She's not gonna make it! We died... She's injured! No one can help her. Just die! She's injured! She can still do it! Finish this! Finish this! So, wie die Stimmen gerade gesagt haben, hier waren wir ja durch. Aber wir müssen noch eine weitere Challenge, wie die Stimmen sagen, schaffen. Und zwar, das andere war das des Feuers. Mal schauen, wie das klappen wird. So, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt die vierte Folge. Eine weitere Folge will ich dann noch machen und werde ich erstmal für heute enden. Ja, und dann ist es auch nochmal. Surt, der Feuergüter hat antwortet. Er kommt aus einer Land, die älter als Mensch. Und die Norden, der Feuergüter auf seine Flamige Schmerz, um ihre Schmerz zu erzeugen, um ihre Schmerz zu erzeugen. Find ihn, Senua. Und spiel his Blut. Oh, no, Schmerz, das ist ja, komm. So. Sie hat den wretcheden Mannen auf der Weg nach den Wilden gefunden. Der Ausgastus war schrecklich verletzt. Sie hat die Piddyen auf ihn, denn er hat nicht lange für dieses Welt. Wie sie, der von seiner eigenen Dunkelheit spricht. Die Nordmenn. Er hat den Oberland-Nordensheim, das ist es. Oh, da ist das andere, der Steine. Moment, Moment, Moment. Ich merke es nicht, dass es mir so weh gibt. Da habe ich immer Angst, oh, das ist zu verpassen. Denn ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal, wo ich gespielt habe, hier durchgegangen. Aber nicht darunter. Aber schauen, was da unten ist. Der ist ja richtig in der Kopf gehabt und ist das, was ich beim letzten Mal meinte, aber der Kampf kann halt dazwischen. Oh. Senua, wir gehen diese Lande an den verschiedenen Horizonten, ein paar von uns weiter als andere. Dein Vater kann nicht sehen, was du sehen kannst. Aber es ist nichts falsch, wenn wir die Welt sehen, wie du siehst. So, dann schau ich jetzt mal, was da unten ist. Da das hier oben scheint, der Hauptweg zu sein. Kommt jedenfalls da vorne. Okay, dann machen wir das mal. 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 Also, dieses Notwehr-Headset. Ich weiß, warum ich das nie so wirklich genutzt habe, weil das geht halt auf die Ohren so ein bisschen. Das ist halt nicht so perfekt. Also, ich mag halt so immer, jetzt als wo halt die Ohrmuschel halt wirklich das komplette Ohr umrandet. Es ist dann nicht auf dem Ohr draufgefliegt. Weil, ja, das alte Problem, das tut mir natürlich dann immer wie in einer Zeit. Daher bin ich froh, wenn ich denn das Anbeladern habe. Okay, ich schau erst mal hier und wünschte, ich hätte es nicht getan. Okay, es scheint so nur an die Richtung zu ziehen. Ah, ich, 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 Moment, Moment, ich muss das Kloch jetzt aktivieren. Okay, das muss ich jetzt machen. Oh, dann erst mal klar. Wie ist denn mehr da? Aber es scheint mir nicht mehr da zu sein. Ist das jetzt zwei oder mehr? Okay, es scheint nur dieser Bein zu sein. Er ist ja nur bei. Oh, wie die, hässlich manchmal die... Stimmlachen... Oh Gott, so, da, 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 da... Ich muss wieder, da, 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 da... Okay. Es kann es kann es kann. Okay. Und es hat genau so geendet, dass der Feuer im Prinzip zu Ende ist. Hier haben wir jetzt gleich ein kleines Rätsel, das nehme ich dann beim nächsten Mal natürlich mit. Und dann war es das erstmal von der vorletzten Folge für heute, der vierten. Ich hoffe es hat euch bis hierhin gefallen und neuer Tag selber! Bis dann!